Ewald Fri ist ein deutscher Historiker. Ewald Fri studierte die Fächergeschichte und katholische Theologie an der Universität Münster. In den Jahren 1989 bis 1991 war er wissenschaftlicher Volontär im Westfälischen Institut für Regionalgeschichte Münster. 1992 erfolgte seine Promotion über Wohlfahrtsstaat und Provinz, Fürsorgepolitik des Provinzialverbandes Westfalen und des Landes Sachsen 1880 bis 1930. Als wissenschaftliche Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter war Fri in den Jahren 1992 bis 1993 am Lehrstuhl von Hans-Ulrich Thamer an der Universität Münster tätig. Von 1993 bis 1995 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. An der Universität Essen war Fri von 1995 bis 2001 wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Wilfried Loth. 2001 habilitierte er sich über Friedrich August Ludwig von der Marwitz, 1777 bis 1837. 30. Biografien eines Preußen und war anschließend von 2001 bis 2007 Hochschuldozent an der Universität Essen. Ab April 2007 war Fri Professor für neuere Geschichte an der Universität Trier. Im Sommer 2008 nahm Fri einen Ruf auf eine W3-Professur für neuere Geschichte an die Eberhard-Karls-Universität Tübingen an und trat im Wintersemester 2008-09 die Nachfolge von Dieter Langewiesche an. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die deutsche Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, die vergleichende europäische Adelsgeschichte sowie die Geschichte Australiens. Er ist Hu-Ar. Mitglied der Preußischen Historischen Kommission. Schriften, Monografien Friedrich II. Rowold, Rheinbeck 2012, ISBN 978-3499-50720-5. Das Deutsche Kaiserreich, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, ISBN 3-534-14725-1, Friedrich August Ludwig von der Marwitz, 1777-1837. 30. Biografien eines Preußen, Schöning, Paderborn 2001, ISBN 3-506-727-30-3. Karitativer Katholizismus in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Literatur zur Erforschung seiner Geschichte aus den Jahren 1960 bis 1993. Lambertus, Freiburg im Breisgau 1994, ISBN 3-7841-07281, Wohlfahrtsstadt und Provinz, Fürsorgepolitik des Provinzialverbandes Westfalen und des Landes Sachsen 1880 bis 1930. Schöning, Paderborn 1993, ISBN 3-506-79580-5.